Hi, ich bin Olivia Wenck und bin eine der deutschen Speed-Nachwuchsfahrerinnen im Bereich Super-Ski und Abfahrt. In dieser Saison konnte ich das erste Mal im Europa Cup starten und möchte kommende Saison im Europa Cup durchstarten. Jetzt stehen die Trainingskämpfs auf dem Schnee, im Kaunertal und in Norwegen am Fonan. Olivia, run 11. Über den Sommer stehen somit 60 Tage im Schnee an, welche ich gemeinsam mit meinem Verein und meinem Coach bewältige. Vorläufer 5. Gerne hätte ich euch hier dabei und würde mich über eure Unterstützung sehr freuen.